Tor oder kein Tor? Schreibt es in die Kommentare. Bei uns steht jetzt das erste Testspiel an. Unsere Liga, unsere Rückrunde fängt relativ spät an, 1. April, aber bleibt auf jeden Fall hier am Ball. Wir haben einige neue Zuschauer hier. An dieser Stelle herzlich willkommen bei PMTV. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf das Video und schreibt einen Kommentar, wie gesagt. Und der Patrick übernimmt jetzt gleich. Gleich geht es los. Wir spielen in Neustadt. Diese Mannschaft spielt zwei Klassen höher, aber da wird der Patrick euch gleich bestimmt genug zu erzählen. In dem Sinne, auf geht's Kickers, let's go! Ja, Meti, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ersten Testspiel Kaiserwetter. So wünscht man es sich doch. Und ja, bevor die Kommentare kommen, ich kann sie nämlich schon sehen, was ist eigentlich mit mir los? Ja, ich habe die letzte Zeit auch schon nicht auf dem Platz gestanden und in Zukunft werdet ihr mich auch, ja, etwas weniger auf dem Platz stehen sehen. Denn nach all den ganzen Verletzungen habe ich mir persönlich gedacht, es ist vielleicht an der Zeit, mal ein bisschen kürzer zu treten. Ich werde jetzt also öfter die Spiele filmen und für euch kommentieren. Bin also immer noch am Start, aber auf dem Fußballplatz, in Klammern ist wahrscheinlich auch nicht so ein großer Verlust, werdet ihr mich in Zukunft eher weniger sehen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Am Sonntag wäre die schnuckelige 30 Jahre alt. Und da ist es vielleicht auch an der Zeit, einfach mal ein bisschen kürzer zu treten. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses Fußballspiel. Und zwar unser erstes Testspiel gegen Neustadt. Und auch bevor wir hier ins Fußballspiel reingehen, noch eine kleine Anekdote. Ihr seht hier die herrliche Anlage im Hintergrund von Neustadt. Und oben am Hügel seht ihr eine Schule. Ja, also das große Gebäude ist eine Schule. Und da haben Meti und ich uns kennengelernt, wo Meti damals in der 11. Klasse in meinen Stammkurs aufs Gymnasium gekommen ist. Und ja, der Rest ist History. Dadurch ist unsere Freundschaft entstanden. Deswegen gibt es PMTV. Und das ist der Ort, wo wir heute Fußball spielen. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, wir spielen heute, wie gesagt, gegen Neustadt. Und zwar mit folgender Aufstellung im Tor der Meti. Dann in der Abwehr. Hannes, Lars, Schunke, Fabo. Im Mittelfeld Sigi, Danny, Tim, Tarek und der Luca. Und vorne drin der Memo. Auf der Bank nehmen heute Platz Lord, Bernd, Jan, Nye und Febs. Ja, und alle Spieler werden zum Einsatz kommen. Den einen oder anderen vermisst ihr noch. Die sind natürlich auch noch alle am Start. Aber ja, es konnte auch nicht jeder direkt. Und ja, wie gesagt, es ist der Start unserer Vorbereitung. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Wir Kickers Westerwald stoßen an in den weißen Trikots in der ersten Halbzeit von rechts nach links. Neustadt spielt in Rot von links nach rechts. Ja, Neustadt ist schon drei Wochen oder vier Wochen länger in der Vorbereitung. Für uns hier ist es das erste Spiel. Und wir haben auch, ja, begrenzt vorher nur trainiert. Also der erste richtige Härtetest. Und wie gesagt, es fehlt der ein oder andere, zum Beispiel hier der Lars, muss heute mal in der Innenverteidigung spielen. Wir machen einen Sprung rein in die dritte Spielminute. Und dann kommt der Ball zum Meti, der ihn jetzt nach vorne schlickt. Und jetzt achtet mal auf den Tarek. Der lässt den Ball hier durch. Und ja, was hat der in der Winterpause gemacht? Der ist ja schnell geworden. Und schaut euch, dass er in der Rett an Freund und Feind vorbeischießt und hält zu lange die R1-Taste und will ihn ins lange Eck schlenzen. Das hätte ein richtiges Traumtor werden können. Hätte er ihn vielleicht einfach volle Kanne in die kurze Ecke gehämmert. Sei es drum, krasse Chance, aber leider kein Tor. Auf der anderen Seite Neustadt hier versuchen es mit einem Schuss. Aber dieser stellt kein Problem für den Meti dar. Die neunte Spielminute. Eine Ecke kommt rein. Gesegelt in den 16er von Neustadt. Der kann erstmal geklärt werden und dann ist es typisch Kreisliga. Der erste Nachschuss, der zweite Nachschuss. Ping-Pong. Das wollen wir doch sehen. Das kennt jeder. Da findet sich auch jeder wieder. Da versucht es der nächste jetzt gleich nochmal mit einem Schuss. Und auch der landet nicht im Tor. Ja, nochmal Nachschuss. Ja, man kennt es. Aber ja, es kommt nichts dabei rum. Elfte Spielminute und der Ball wird jetzt hier durchgespielt auf den Simon hier. Das ist der Spieler, der jetzt hier vom Lars gefault wird. Gott sei Dank hat er sich hier nicht ernsthafter verletzt. Simon, ja, schöne Grüße, hat mit Meti und mir zusammen das Abitur gemacht. Also wie gesagt, so trifft man sich wieder. Es gibt einen Freistoß, den der Neustadt der Spieler hier aber ja viel zu leicht schießt, sodass der Meti auch diesen Ball leicht abfangen kann. Auf der anderen Seite Freistoß für uns. Von Tarek getreten, aufs Tor gezogen, kann aber ebenfalls geklärt werden. Und wir kommen nicht zum Nachschuss. 19. Spielminute. Der Ball wird von Neustadt nach vorne getrieben. Wie gesagt, die Jungs spielen zwei Ligen höher, haben auch noch das ein oder andere in der Liga vor. Und man sieht auch hier ja an der Spielanlage, wie sie das probieren. Aber da ist der Lars zur Stelle und kann mit seiner Geschwindigkeit dann doch den Spieler vom unbedrängten Torschuss abbringen. Anschließend segelt ein Freistoß rein in unseren 16er, der aber am zweiten Pfosten nicht verwertet werden kann. Und in der nächsten Szene sehen wir vollen Körpereinsatz vom Tim. Deswegen schneide ich es rein, weil ich denke, auch hier sieht sich jeder irgendwo doch wieder. Der Tim musste erstmal ausgewechselt werden, aber ich kann vorwegnehmen, ich denke, die Familienplanung ist nicht gefährdet, denn Tim konnte auch später nochmal mitwirken. In der 34. Minute sehen wir einen Fernschuss vom Simon, der dem Meti unbedingt einen reindrücken wollte. Ja, und er wird es auch weiter versuchen, aber bis dato hat er es nicht geschafft. Und zum Simon gibt es eine, ja, weitere Anekdote, die ich euch gerne erzählen will. Wer es hier nochmal mit einem Schuss probiert, wo er Meti ihn auch parieren kann. Denn der Simon hat damals, wo der Meti vor PMTV mal seine Jugendspiele gefilmt hat, so ein heftiges Tor in der Rheinland-Liga geschossen. Das ging, glaube ich, richtig viral. Also Simon, ich denke, das Filmmaterial gibt es irgendwo noch ganz tief in YouTube. Auf der anderen Seite dann hier der Luca, der die Nummer 4 zum Würstchenstand schickt. Pommes rot-weiß bitte auf den Sieg gelegt. Und der hat das 1 zu 0 für uns auf dem Fuß, aber trifft leider nur den Pfosten. Das hätte gut und gerne auch ein Tor sein können. Dann kurz vor der Halbzeit eine Ecke und hier steigt der Luca wieder hoch. Aber kein Problem für den gegnerischen Torwart. Wir wechseln die Seiten. Zweite Halbzeit, Eckball wieder rein von uns. Ja, kann erst geklärt werden, wird dann aber, ja, nur nochmal so halbgefährlich. Die nächste Aktion, 52. Spielminute. Der Tarek hier zusammen mit dem Jan auf der Außenbahn unterwegs. Die beiden sind feilschnell. Tarek, guckt jetzt, spielt den Ball in die Mitte. Und dann gibt es diese Szene. Der Schiedsrichter pfeift faul. Der Ball ist im Tor. Tor zählt nicht. Ihr seid gefragt, Freunde. Schreibt es in die Kommentare. Ist das für euch ein Foul? Ja oder nein? Hat der Sigi hier was gemacht? Ich denke ganz ehrlich nicht. Das Tor hätte meiner Meinung nach zählen müssen, aber sei es drum, es ist ein Testspiel. Aber wie gesagt, Schiedsrichter-Experten unter euch sind gefragt. Hättet ihr das abgefiffen? Ja oder nein? In der 60. Spielminute kann sich dann der Faps auszeichnen, der in der zweiten Halbzeit für den Meti reingekommen ist. Wir halten fest, Simon hat kein Tor gegen Meti gemacht. Ja, da haben sie nämlich nach dem Spiel drüber gescherzt. Und ja, dieser Schuss hier von Neustadt geht dann auch über das Tor. Auf der anderen Seite setzt Danny Stiefaoki hier in Szene, der den Ball aber nicht in die Mitte bekommt. Somit gibt es einen Eckball, der dann reinsegelt. Und da ist wieder Luka zur Stelle und diesmal köpft er den Ball ins Tor zum 1 zu 0 für uns. Luka hier mit dem ersten Tor in 2022. Sehr schön gemacht. Das schönste Gesicht der Kreisliga trifft hier per Kopf. Die 68. Spielminute. Jetzt läuft der Ball auf der rechten Seite wieder. Der Memo auf Stiefaoki. Der ist auf und davon. Kann er den Abschluss finden? Nein. Denn der Neustadt, der Spieler verteidigt hier super. Der Ball kommt in die Mitte, aber findet dann keinen Abnehmer. Auf der anderen Seite sehen wir dann den Simon in Aktion. Und ja, so kennen wir ihn clever, wie er ist. Er holt einen Elfmeter raus. Elfmeter wird getreten und die Nummer 4 versenkt sicher unten rechts zum 1 zu 1. Kurze Zeit später wieder Neustadt im Angriff. Die haben jetzt Blut gelegt. Der Spieler zieht rein in den 16er, legt ihn zum Simon. Der ist ganz alleine und das lässt er sich nicht nehmen. Und Neustadt führt mit 2 zu 1. Es gibt einen Freistoß. Die Nummer 11 schießt. Und der Faps ist zur Stelle. Kann hier super parieren. Ein klasse getretener Freistoß, aber auch eine super Parade. Dann gibt es ein Eckball. Und Freunde, schaut euch das an. War der Ball direkt per Eckball drin? Es sieht so aus, als ob er ihn noch reingeköpft hat. Aber ich bin mir fast sicher, dass der Ball auch so reingegangen wäre. Es steht 3 zu 1. Also man merkt jetzt hier, die Jungs haben dann doch mehr Körner im Sack. Ja gut, sie spielen auch 2 Ligen höher und sind 3 Wochen länger dabei. Ja, machen hier das 4 zu 1. Aber ich denke, wir haben lange mitgehalten hier in dieser Partie. Und es ist aber noch nicht vorbei. Denn wir sehen hier den Jan, der den Ball erobern kann. Nein, Rolf, die Legende mit der Hacke. Wunderbar, wie er das spielt. Leitet hier den Angriff weiter mit ein. Und dann versucht es der Jan, der nach 225 Tagen oder wie viel das war in seinem Comeback feiert. Und ich denke, wenn er mal wieder ein bisschen mehr in Übung ist, dann macht er den auch rein. Und da ein Elfmeter nicht reicht, hat sich der Schunke gedacht. Mache ich hier nochmal ein Foul für den zweiten Elfmeter. Da regt sich hier nochmal ein bisschen auf. Aber ich denke, der Pfiff war korrekt. Es gibt, wie gesagt, den Elfmeter. Neustart wird jetzt auf 5 zu 1 erhöhen, was auch gleichzeitig der Endstand ist. Denn der Schiedsrichter wird die Partie jetzt abpfeifen. Ich denke, bis auf die letzten 15 Minuten, wo uns die Kräfte ausgegangen sind, haben wir uns sehr gut verkauft gegen einen Gegner, der 2 Ligen höher spielt. Ja, Freunde, und ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert uns für mehr. Und seid nächste Woche um 14 Uhr wieder dabei, Freitag um 14 Uhr, wenn es das nächste Kreisligaspiel von uns gibt. Bis dahin, bleibt verletzungsfrei, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.